Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und in diesem Video gucken wir uns wieder den täglichen Gegenstandshop an. Leute, ich muss dazu sagen, es ist nicht allzu viel Neues gekommen, also deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Shop und wir fassen das ganze Video natürlich kurz. Lasst gerne mal ein Like da, mal gucken, ob wir heute in diesem Video mal die zwei Likes schaffen, wäre auf jeden Fall eine heftige Grenze. Ansonsten nicht vergessen, Like da zu lassen, Abo da zu lassen, Glocke aktivieren und meinen Creator-Code im Gegenstandshop eingeben, Meta-8, den ihr jetzt und links sehen könnt. Jetzt würde ich mal sagen, gucken wir uns mal direkt den Gegenstandshop an und wir fangen wieder mal rechts unten an mit dem kostenlosen World Cup 2019-Banner. Das kennen wir schon und tatsächlich frpz-yt-irremann-Code, aber ihr könnt auch gerne Meta-8 eintragen, um mich zu unterstützen, wäre auf jeden Fall irre. Das ganze war noch von dem Shop-Video von Fraps, aber ist gar kein Problem. Hier wie gesagt, ist kostenlos, schenkt es einfach einem Freund von euch. Polkar-Cneuter für 200 V-Bucks, das Ding, also da brauche ich jetzt auch nicht viel dazu sagen. Wie gesagt, die Dinge, die wir eigentlich schon seit den letzten Shops kennen, überspringe ich einfach mal. Dann haben wir hier nochmal Headbanger für 500 V-Bucks, ist neu in den Shop gekommen, also zumindest heute, ist aber kein neues Emote. Ja, eure Meinung gerne mal dazu in die Kommentare, aber wir gucken direkt mal weiter. Ach ja, wenn ihr noch V-Bucks braucht, dann unten in der Videobeschreibung habe ich euch ein paar Links verlinkt, sozusagen Xbox und PSN-Karten bis zu 5 Euro sparen und mich dabei unterstützen. Dann haben wir den Feuerläufer für 1200 V-Bucks, heiß auf die Schlacht-Skin und das ist die Beschreibung. Ist ein cooles Outfit, kann man sich definitiv kaufen. Dann haben wir geschmeidige Moves, länger nicht im Shop gesehen. 800 V-Bucks, sie werden hin und weg sein, ist auf jeden Fall cool und also auf jeden Fall definitiv gönnenswert. Wenn ihr Bock drauf habt, gönnt euch einfach. Die 10 Battle Pass-Stufen, wer noch wirklich Battle Pass-Stufen braucht, gönnt euch die, denn der Battle Pass ist ja in 4 Tagen vorbei, also die Season und am 1. kommt ja die neue Season. Also wirklich, ihr müsst euch mal ein bisschen ranhalten. Marshmallow-Skin für 1500 V-Bucks habe ich schon im Besitz, kann ich euch nur empfehlen. Dann haben wir hier natürlich nochmal die Banner-Bregade-Skins, hier die verschiedenen, also könnt ihr aussuchen. Dann nochmal Banner-Umhang, Wappenhacke, Banner-Gleiter und so weiter. Wie gesagt, viele von euch haben immer in die Kommentare geschrieben, ey, ich feiere, dass das so ein bisschen mehr auf die Skins eingeht. Heute ist tatsächlich nicht so viel, deswegen können wir das auch ein bisschen schneller machen. Hier die verschiedenen Stile mit dem Fischstäbchen-Skin und dem Salzwasser-Tornister als Rücken-Accessoire. World Cup-Kämpferin, World Cup 2019-Lackierung für 500 V-Bucks, Stiefelstange für 500 V-Bucks und fliegende Korallen für 800 V-Bucks. Dann gucken wir nochmal hier, Mellow-Gleiter für 500 V-Bucks, Mellow-Zermatscher, die sind neu für 800 V-Bucks, gönnt euch die. Und wenn ihr euch die gegönnt habt, dann schickt es mir gerne mal auf Instagram, dann verlinke ich euch in meiner Story. Und Marsh-Posen für 500 V-Bucks. Das ist tatsächlich schon der Gegensatzjob von heute. Also es sind wirklich nur drei Sachen neu gekommen. Hier geschmeidige Moves, Feuerläufer und Headbanger. Der Rest ist wirklich alt. Ja, wir sehen uns in dem nächsten Video. Lasst ein Like, ein Abo da lassen, ein Glocke aktivieren und meinen Creator-Code meta-8 im Gegensatzjob eingeben. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.